Warum lohnt sich eine Rundreise über die Seeschellen? Wer nur eine Insel besucht, hat zwar hier Urlaub gemacht, aber die Seeschellen nicht wirklich kennengelernt. Rundreisen über die Seeschellen lohnen sich, weil keine Insel der anderen gleicht. Welche Städte und Regionen gibt es auf den Seeschellen? Mit der Metropole Viktoria ist die Zahl an Städten auf den Seeschellen bereits erschöpft. Eine ausgesprochene Vielfalt an Sehenswürdigkeiten und Möglichkeiten für Aktivitäten bieten die 115 Inseln des Archipels. Welche Sehenswürdigkeiten gibt es auf den Seeschellen? Die größte Sehenswürdigkeit auf den Seeschellen sind die Inseln selbst und die Möglichkeiten. Welche Urlaubern offen stehen? Entspannung am Strand. Besichtigungen. Turbulente Feste. Unberührte Natur. Welche Aktivitäten lohnen sich auf den Seeschellen? Was würdest du tun, wenn das Meer direkt vor der Haustür liegt und jeden Tag bestes Badewetter herrscht? Sicher würde dir eine Menge einfallen. Wie sieht es mit der Sicherheit auf den Seeschellen aus? Die Seeschellen gelten als sicheres Reiseziel. Auf den Inseln treten keine Fälle von gefährlichen Tropenkrankheiten auf. Welche gesundheitlichen Risiken gibt es auf den Seeschellen? Wer direkt aus Deutschland einreist, benötigt keine Pflichtimpfungen. Wer aus einem Gelbfiebergebiet kommt, muss eine entsprechende Impfung vorweisen können. Gibt es besondere Einreisebestimmungen für die Seeschellen? Um auf die Seeschellen einreisen zu können, benötigst du einen gültigen Reisepass. Mitreisende Kinder müssen ein eigenes Ausweisdokument mitführen. Es kommt häufiger zu Kontrollen. Wie lange sollte eine Rundreise auf die Seeschellen dauern? Wer 115 Insel erkunden möchte, wird dies nicht in wenigen Tagen schaffen. Doch keine Angst, viele Inseln dürfen nicht betreten werden, stehen unter Naturschutz oder befinden sich in Privatbesitz. Welche Sprache wird auf den Seeschellen gesprochen? Wie bereits erwähnt, lebt ein buntes Völkchen auf den Seeschellen. Diese Bevölkerungsgruppe hat mit Seeschellen-Kreol oder Seesilva ihre eigene Sprache gefunden. Welche Währung gibt es auf den Seeschellen? Die Währung der Inseln ist der Seeschellen-Rupier. Eine Rupier lässt sich in 100 Cents unterteilen. Du findest Banknoten im Wert von 25, 50, 100 und 500 Rupien. Ein Euro entspricht 15, 988 Seeschellen-Rupier. SR. Wie kann ich Übernachtungen auf den Seeschellen buchen? Du kannst auf den Seeschellen in einfachen Gästehäusern wie in luxuriösen Hotelanlagen übernachten. Starke Preisschwankungen sind dabei die Regel. Gibt es Mietwagen auf den Seeschellen? Einen Mietwagen kannst du am Flughafen oder vom Hotel ausbuchen. Du solltest mindestens 21 Jahre alt sein und einen EU-gültigen Führerschein vorweisen können. Wie kann ich auf die Seeschellen gelangen? Per Direktflug gelangst du mit Condor ab Frankfurt am Main auf die Seeschellen. Die Rundreise beginnt am internationalen Flughafen auf Mai. Der Flughafen ist ca. 10 km von der Hauptstadt Viktoria entfernt. Wie sieht es mit dem Internet auf den Seeschellen aus? Möchtest du auf den Seeschellen online gehen? Stehen in der Hauptstadt Viktoria zwei Internetcafés zur Wahl. See! Die Rundreise